Was ist mit unserem deutschen Tierschutzgesetz auf der sicheren Seite? Aus der Verantwortung heraus des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf. Also sind wir doch eigentlich auf der guten Seite. Es müsste doch dann alles in Ordnung sein bei uns. Ist es aber nicht. Ich meine, das ist halt eine sehr anthropozentrische Sicht der Dinge, wenn man sagt, ohne vernünftigen Grund. Und dann alles, was eben Menschen mit Tieren machen wollen, wenn es eine gewisse kulturelle Berechtigung hat, dass jemand sagt, der will halt Tiere essen. Und das haben wir immer schon so gemacht. Dann gilt das als vernünftiger Grund. Oder Tiere wurden schon immer, was weiß ich, in Zirkussen verwendet. Und das ist Teil der Kultur. Bis dann, in Spanien könnte man sagen, ja, der Stierkampf ist eine alte kulturelle Tradition. Und dass da die Stiere gequält werden, das ist Teil der Kultur. Es ist ja auch in Spanien sehr stark mit der Marienverehrung. Also Stierkampf und Marienverehrung gehen oft sehr Hand in Hand. Und das ist ja noch einmal eine ganz prekäre Rolle, die Religion, gerade katholische Religion, da einnimmt. Also ich würde sagen, die Frage ist, wie man ohne vernünftigen Grund definiert. Und ich würde sagen, wenn der einzige Grund, warum ich ein Tier esse, der Hauptgrund der ist, dass ich einfach lieber, sagen wir mal, Steak als Bohnen esse, weil ich ein bestimmtes Geschmackserlebnis haben will, dann ist das Interesse des Tieres, nicht getötet zu werden, ein gutes Leben zu haben, ein höheres Interesse, also das Interesse des Menschen, einfach ein bestimmtes Gewohnheitsgeschmackerlebnis zu haben, weil es ihm halt schmeckt. Das Interesse des Menschen, so zu essen, wie er will, ist weniger wichtig als das Interesse des Tieres, nicht gequält und nicht getötet zu werden. Aber ich denke jetzt da zum Beispiel an die Massentierhaltung. Ja. Wie werden die Schweine, wie werden die Hühner, die Trothähne und so weiter, wie werden die gehalten? Jetzt auch mal, es ist doch größte Probleme und da könnte man immer sagen, ist das dann ein vernünftiger Grund? Oder, dass die Tiere überhaupt keinen Auslauf mehr haben, wenn ich an so viele Hühner denke, auch an Schweine, die das eigentlich auch brauchen, auch Tiere, die das Sozialverhalten auch brauchen untereinander. Das ist nicht möglich, dann, wenn es um Mast geht. Und letzten Endes, man raubt dem Tier die Zukunft. Selbst dann, wenn es biologisch gehalten wird. Und man sagt so, jetzt ist es aus, vernünftiger Grund, ich habe Hunger, du wirst jetzt geschädigt. Richtig. Nicht nur, ich habe Hunger, sondern ich habe Lust auf Fleisch. Lust auf Fleisch. Ja. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist, um da an diesen wichtigen Bemerkungen anzuschließen, in Österreich und auch in Deutschland, hat man das jetzt noch aufgeschoben, in Österreich wird diskutiert, die Frage der Kastration von Ferkeln, Ferkelkastration. Die Argumente in Österreich, es gibt jetzt in Österreich ein Tierschutzvolksbegehend, dass das abschaffen will, wäre ein ganz wichtiger Schritt, aber es können heute in Österreich die Landwirte, muss gar kein Tierarzt sein, den neugeborenen Ferkeln, einfach die Hoden herausschneiden, ohne irgendeine Betäubung. Das ist wahnsinnig schmerzhaft. Die Tiere leiden darunter einige Tage lang. Und jetzt kann man sagen, das ist einfach notwendig. So wird es begründet. Erstens, weil die Leute halt kein Fleisch essen wollen, das einen Ebergeruch hat. Und darum muss man sie kastrieren, damit dieser Ebergeruch beim Fleisch nicht entsteht. Und das Zweite, weil eine Narkotisierung oder Betäubung zu kostspielig ist. Das Argument, also es ist notwendig, weil es sonst zu kostspielig wäre, oder weil die Leute das Fleisch nicht essen wollen. Wenn das eben Begründungen sind, dann weiß ich nicht, was nicht Begründung sein kann, weil das einfach rein ökonomische Argumente sind oder Argumente, was die Menschen halt gern essen. Aber das Leid des Tieres wird überhaupt nicht berücksichtigt. Also insofern denke ich, dass man die Notwendigkeit sehr, sehr eng fassen muss. Und das Leid des Tieres